Was meinst du, wollen wir es treiben? Klingt widerlich. Ich habe eine schlimme Verstopfung. Willst du wirklich? Jetzt erst recht. Was machst du denn da? Du musst dir bitte was ansehen an meinem Arsch. Ich möchte aber nicht deinen Anus untersuchen. Du darfst Lost nicht ansehen, kapiert? Charlotte ist 8 und guckt immer South Park. Das ist ein Cartoon. Ja, aber mit Schwänzen drin. Der Laden macht Verlust. Du kannst Desi nicht feuern. Sie ist unsere beste Verkäuferin. Hi. Ich glaube, Desi trägt keine Unterwäsche. Da war alles dunkel, glaub mir. Vielleicht hat sie nur einen dunklen Slip an. Ja, vielleicht ist es ja ein dunkler Slip mit einem Bild von der Vagina drauf. Daddy und ich haben uns entschieden, ein paar Dinge zu ändern. Du hockst zu viel vor dem Computer. Du verbringst kaum mehr Zeit mit uns. Hallo, Sadies Schulfreund. Dad! Na, quatscht ihr schön? Via Intranet? Bitte, geh raus. Die ganze Technologie hier. Ich glaube, ich bin bei den Jetsons. Wer ist aus deinem Pool? Oh mein Gott, hi. Ich hab dich gar nicht gesehen. Leid ihr zwei ein Pärchen? Nein, wir sind nicht zwei. Tut mir leid. Der Schnurrbart ist irritierend. Was? Nein, das ist aber ein Hetero-Schnurrbart. Wo liegt denn der Unterschied zwischen einem Homo-Schnurrbart und einem Schnurrbart von einem Hetero? Der duftet anders. Deshalb hat er dich geheiratet. Du bist eine Kämpferin. In der Ehe muss wenigstens einer zuschlagen können. Du hast dir erzählt, dass du Viagra nimmst? Komm schon. Das ist ein absolutes No-Go. Ich glaube, das steht sogar auf dem Beipack-Zettel. Hier, da siehst du, was dir entgeht. Eine hübsche Pflanze, die sich nach der Sonne streckt. Du darfst rein. Zehn Minuten. Aber dann will ich einen besseren Vorschlag für die nächsten vier Stunden hören. Immer Ärger mit 40.